Grüß Gott liebe Zuschauer, Sie haben zu aktive Beine im Treffmoment, beim Schlag, die Knie gehen zu tief nach vorne, eine ganz einfache Übung für euch. Ich benutze die Bank, die ich auf der Driving Range gefunden habe, was ich tun werde, ich finde mein vorderer Fuss ganz knapp bei der Bank und die Idee ist, den Ball zu schlagen, ohne dass ich den Bank berühre oder wegstoße. Okay, der falsche Schlag würde so ausschauen, zu tief in die Knie, zu weit nach vorne, sondern ich will hier, dass das Gewicht geht vorne, aber dass ich drehen kann. Probier mal. Wie Sie sehen, das ist möglich, wenn Sie zu aktive Beine, probieren Sie diese Übung. Ich garantiere euch, das wird funktionieren. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.